Äh, sonnig sei. Hä? Ja, ja, es ist sonnig und jetzt sind auch neue Pokémon da. Ladybar und Hushprass. Cool. Hör, wie es rumzappelt. Ladybar nutzt ein Sekret, um anderen mitzuteilen, wo es sich befindet. Wo wird dieses abgesondert? Aus den Füßen, Flügeln oder den Mund? Nicht aus dem Mund. Ich dachte aus den Fühlern. Dann sag ich aus den Füßen. Flügeln? Oh Mann. Ja, das kommt mir schon bekannt vor. Ich weiß es nicht. Komm, Flügel, komm. Komm, komm. Komm, was ich los? Flügel. Das war nix. Okay, dann hab ich halt verkackt. Schade. Alter, Hopsprass ist schon groß. Das kann doch gar nicht sein. Nein. Das ist schon ein bisschen... Hopsprass ist doch nicht größer als Pikachu. Das kann doch nicht sein. Das ist schon eine sehr große Art von Hopsprass. Warum verbinden sich mehrere Hopsprass miteinander? Als Schutz vor Erkältung, um Wind zu erzeigen. Erzeigen, ja. Schutz vom... Davon wehen. Ja, im Endeffekt Schutz vom Davon wehen. Weil die reisen ja gemeinsam mit dem Wind. Deswegen. Das kam auch schon im Anime so vor. Voll süß. Na, haben wir jetzt einen Hopsprass. Ein großes Hopsprass. Das macht mir Angst. Ja, was natürlich fliegt. Ja, cool. Ja, dann gehen wir jetzt in dem Fall nochmal zum Kleeblatthain raus. Gucken da nochmal. Hey, das Hopsprass ist echt riesig. Ich weiß auch nicht. Die D-Bar haben wir verkackt. Was haben wir hier? Oh, Flemly! Flemly! Oh, guck mal, wie süß das rumhüpft. Oh, Gottchen. Es ist so süß. Grüße an dich, Lorraine. Unser Flemly ist es jetzt. Beziehungsweise, dein Flemly, ne? Wie heiß ist das Feuer, das Flemly spaltet? Oh nein. Tausend. Das war tausend. Da bin ich mir sehr sicher. Flemly. Täusch mich nicht. Danke. Ja, so ein kleines Baby, Flemly. Erzeugt schon eine tausend Grad heiße Flamme. Das ist der Wahnsinn. Mensch. Ja, grillen kann man damit nicht. Das ist zu heiß. Jetzt kann ich schon Steine schmelzen, oder? Nee. Ab wie viel Grad schmilzt Stein? Zehntausend? Weiß nicht. Wenn das einer weiß von euch, ab damit ihr gekommen seid. Das interessiert mich jetzt gerade. Ab wann schmilzt Stein? Was kann man mit tausend Grad... Tausend Grad Feuer? Was kann man denn damit so anrichten? Was ist denn das praktisch? Wenn Blubeller zusammenkommen und tanzen, was tun sie dann tatsächlich? Feiern? Einen Sturm herbeirufen? Blödsinn. Der Sonne huldigen. Als ob jetzt ein Kind weiß, was huldigen heißt. Nicht mal ich kann jetzt richtig erklären, was huldigen bedeutet. Ich weiß schon im Endeffekt, was gemeint ist, aber... Ja, also ja anbeten so eine Art, ne? Irgendwie, ne? Also, ja. Feiern. Ja, sie feiern schon. Aber sie brauchen auch die Sonne. Feiern ist mir zu simpel. Wir nehmen das Komplizierte. Wird schon stimmen. Siehst du? Wenn's kompliziert ist, dann stimmt das. Kein so hübsches Blubeller. Aber Blubeller sind echt so nett. Die sind so toll. Die mochte ich immer so im Anime. Hab mich immer gefreut, eins zu sehen dort. Blubeller, 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 Blubeller. Es sind einfach Karten mit Sound. Ich find das richtig geil. Ja, das war's dann auch schon. Guck. Mehr gibt's nicht. Der Himmel ist klar. Jetzt könnten wir auch theoretisch wieder zum Strand gehen. Ähm. Ja, theoretisch schon. Weil das Wetter jetzt klar ist. Aber das... Ist jetzt auch egal. Ja, Schnee gibt's nämlich eigentlich auch noch. Möchte sich um den Garten kümmern. Stimmt ja, wir haben ja hier unsere... Unsere Saat. Die möchte vielleicht... ...gegossen werden. Schau mal. Pikachu, gieß das mal. Ein Pflanzenkeimling. Welche Pflanze wohl daraus wachsen wird? Das frage ich mich echt auch. Pikachu, bitte hier. Dankeschön. Oh, Regenbogen, cool. Danke, das war's. Hä? So süß. Ja, das... Äh, okay. Ich bin auch gespannt, was da wachsen wird. Da bin ich neugierig, du. Das ist spannend. Geh mal wieder rein. Zimmer von Gekko. Nett. Das ist ja nett. Mika? Mika? So, da wir jetzt den Wetterbericht geguckt haben, geben wir mal unseren Report ab. Ja, oder das... oder so. Hi, Gekko. Wie ich sehe, hast du schon eine Menge Sammelkarten. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Ordnerrand voll ist. Als Belohnung für deinen Fleiß habe ich ein Geschenk für dich. Hoi. Einen weiteren Sammelordner? Oder so? Ja. Okay. Ich hab meinen ersten Ordner gefüllt, oder was? Oder wird er jetzt einfach erweitert? Pokémon Sammelkarten. Dies ist ein großer Ordner. Er kann bis zu 50 Sammelkarten aufnehmen. Ich hab etwas Schönes hinzugefügt. Etwas... Nun, lass dich überraschen. Sobald du noch mehr Sammelkarten hast, bekommst du noch etwas Schönes von mir. Also, mach weiter so. Wahnsinn. Dann haben wir also... Wie viele Sammelkarten jetzt? Wie viele hat der alte gefasst? 28 haben wir schon. Wow. Das ist... das ist was. Wow. Cool. Wie viel gibt's denn insgesamt? Also, über 50 auf jeden Fall in dem Fall. Es gibt ja wohl auch keine Doppel, ne, in dem Fall, oder? Ich weiß es nicht. So, wir haben hier Shigi, Pipi, Zubab, Mautzi. Das sind die besonderen. Die ganz besonderen? Pi? Torge Pi. Platin, ne? Und was ist das? Bronze? Oder was? Ne, ne, ne. Die Platin sind eigentlich die ganz besonderen. Ja. Ganz genau. Und ich müsste ja eigentlich fast doppelt... Oh, Lazios. Es ist so schön. Oh, schön. Richtig herrlich. Ja, ist so flämlich. Gag-Arobo. 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 So, anschalten. Und... Nicht das Wetter, sondern den Report... Halt deine gosh. Halt deine gosh, ja. Den Report-Kanal. Vielen Dank. Report abgeben. Los geht's. Oh, was für ein großartiger Report. Mit diesem Report sollte es uns leicht fallen, neue Programme auf Sendung zu bringen. Die neuen Programme werden, äh, morgen ab 5 Uhr früh ausgestrahlt. Ich hoffe, du freust dich drauf. Die heutigen Reporte sind alle eingegangen. Nun freu dich auf einige neue Programme. Okay, ich speichere deinen Report. Ja. Schön. Das bedeutet, im nächsten Part gibt es... Ich muss mich überstrecken. Im nächsten Part... Oh, sorry, Leute. Also, im nächsten Part gibt's neue Programme. Ich bin gespannt, welche es sein werden. Weiterspielen? Nein, denn der Part ist jetzt zu Ende. Das war's wieder mit Pokémon Channel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, im nächsten Part gibt's neue Programme. Das ist schön. Vielleicht gibt's da ja auch schon den dritten Anime-Teil. Ich weiß es nicht. Ich schätze sogar... Vielleicht. Weil es fünf Teile gibt. Vielleicht. Vielleicht. Mal gucken. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Beim nächsten Mal. Nicht morgen, so wie es Professor Eich gesagt hat, sondern einfach beim nächsten Mal, sobald der nächste Part on kommt. Wann dieser online kommt, könnt ihr dem Uploadplan in der Videobeschreibung entnehmen. Also, da ist ein Link zum Uploadplan, gleich ganz oben. Da klickt ihr drauf. Dann öffnet sich eine Seite und da ist mein Uploadplan. Da könnt ihr sehen, wann der nächste Part online kommt. Natürlich 16 Uhr. Ich weiß aber gerade nicht den Tag. Schaut da einfach vorbei. Schaut da einfach vorbei. Dann wisst ihr das. Und in der Videobeschreibung findet ihr außerdem auch Links zu Facebook, Twitter und Instagram von mir. Auf Facebook und Twitter poste ich zum Beispiel auch immer das Neueste und alle meine neuesten Videos. Also könnt ihr mich da auch gern verfolgen. Und ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Hinterlasst Kommentare. Freue ich mich immer drüber. Bisschen Feedback und so, ne. Dann weiß ich, dass es euch gefällt und dass ich es so weitermachen kann und so. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's wieder mit Pokémon Channel. Danke, tschüss. Euer Game Tricks. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020